Kommen wir zur Aufstellung unserer Kumas, im Tor mit der 1, Emaril Hoff, mit der Nr. 17, Safi Akzai, im Feld mit der 3, Robin Feiss, mit der Nr. 6, Robin Benz, und mit der Nr. 7, Max Schmidt, mit der Nr. 8, Fenix Pertz, die Nr. 9 schlägt Dominik Mückenhausen, und die Nr. 10 hat Yannis Schmidt. Let's get ready to rumble! Ich bin mal an, ich bin mal an, ich bin mal an. Wir müssen die Nr. 9.5, und ich bin mal an. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.